Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Timmy und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Inhalte aus eurer Planung für AR freigeben könnt. Dafür wechselt ihr im Picon Planner zunächst in der Menüleiste in den Reiter Präsentation und findet dort die Kategorie Teilen. Um 3D-Modelle oder AR-Inhalte zu teilen, eignet sich am besten ein Online-Speicher wie Dropbox, Google Drive oder Microsoft OneDrive. Wählt euren bevorzugten Dienst mit einem Klick auf das kleine Symbol am rechten Rand der Kategorie. Jetzt könnt ihr die gewünschten Modelle selektieren. Mit einem Klick auf AR-Teilen gelangt ihr zur Anmeldung bei eurem gewählten Cloud-Dienst. Nach der erstmaligen Anmeldung wird das Modell hochgeladen und ihr erhaltet einen QR-Code sowie einen Freigabelink. Den Code könnt ihr einfach mit eurer Kamera scannen oder den Link per E-Mail oder Messaging-Dienst versenden. Mit nur einem Klick auf den Link öffnet sich das Modell und ihr könnt die gewählte Selektion im Raum platzieren. Mit interaktiven Mitteln dreht ihr das Produkt und zoomt auf Details. Erzeugt Wow-Effekte bei euren Kunden, indem ihr Produkte aus eurer Planung teilt und in Lebensgröße auf dem Smartphone sicher macht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.